Ja, seid grüßt meine verehrten Zuschauer, also wir sehen ja alle, wie sich der Fokus in den Medien jetzt nun endgültig verschoben hat, während man noch vor einigen Wochen große Siegesmeldungen verbreitet hat über die ukrainische Offensive in Kurs. Spricht man jetzt in den Medien nur noch darüber, wie die Front im Donbass, gerade jetzt in Richtung Pokrovs vor allem, massiv kollabiert und zusammenbricht. Also da brennt ja jetzt wirklich die Hütte und es bahnt sich eine wirklich massive Katastrophe an für die ukrainische Armee. Und das Kiewer Regime. Schauen wir mal hier uns kurz mal einen Ausschnitt an aus dem Bericht des Russland-Korrespondenten von der Welt, dem Herrn Christoph Wanner von heute. Dann lasst uns gerne einmal an die Front blicken im Osten der Ukraine, das Kriegsgebiet schwer umkämpft und nun soll es dort auch bröckeln. Wie ist die Lage? Ja, es brennt dort. Es ist dort äußerst schwierig für die Ukraine, gerade in dem Bereich Donetsk, also Stoßrichtung Pokrovsk. Über das reden wir schon die ganzen Tage und wir gucken gar nicht mehr so stark auf andere Brennpunkte dort wie Tschisov-Jahr oder auch Toretsk. Ja, und das kommt daher, weil die Lage für die Ukrainer wirklich dramatisch ist, gerade im Bereich Pokrovsk. Da gibt es so drei neuralgische Städte, wo die Russen auf dem Vormarsch sind. Das ist der Verkehrsknotenpunkt Pokrovsk selbst. Da sind die Russen vielleicht noch acht, neun Kilometer östlich. Mirnagrad sollen sie am Stadtrand sein, gleich neben Pokrovsk und dann auch Selidova. Das ist auch nicht weit weg, auch ein großer Verkehrsknotenpunkt der Ukrainer. Da soll es Gefechte schon im Stadtzentrum geben. Und dann ist auch Karlovka gefallen. Das ist eigentlich ein kleiner Ort, fast nicht der Rede wert, wenn da nicht wichtige Verteidigungslinien der Ukrainer gewesen wären, die sie jetzt räumen mussten. Und das Ganze ist in der Nähe von einem Stausee. Das haben die Ukrainer seit 2014 gehalten. Also seit der Konflikt da losgebrochen ist im Donbass und jetzt auch diese Positionen verloren. Und das zeigt, dass es nicht gut steht um die Ukrainer in diesem Kriegsbereich. Ja und der russische Vormarsch hat jetzt schon seit einigen Tagen ein so großes Tempo aufgenommen, dass die verschiedenen Kartenanbieter, wie jetzt hier in diesem Fall das amerikanische Institute for the Study of War, von denen ich meistens die Karten nehme, dass sie gar nicht mehr hinterher kommen, die Karten rechtzeitig zu aktualisieren. Also wir sehen jetzt hier, wenn wir uns zunächst einmal die Stoßrichtung Pokrovsk anschauen, von der jetzt hauptsächlich die Rede ist in den Medien, wo auch die meiste Bewegung jetzt gerade stattfindet. So sehen wir ja, dass die Russen immer weiter Richtung Westen marschieren, immer weiter in Richtung der strategisch wichtigen Stadt Pokrovsk. Haben wir jetzt in den letzten Tagen die Stadt Novogrodowka eingenommen. Jetzt ist auch schon die nächste Stadt, Grodowka, kurz vor dem Fall. Und berichten zufolge, gut das bestätigt auch hier in gewisser Weise indirekt der Kartenanbieter, haben die russischen Streitkräfte jetzt auch schon den Stadtrand der Stadt Myrnograd erreicht. Die letzte Stadt, die sich noch zwischen der russischen Armee und Pokrovsk befindet. Aber nicht nur Richtung Westen, auch in den Süden stoßen die russischen Streitkräfte immer weiter vor. Und damit auch, wie ich auch schon in den letzten Videos beschrieben habe, in die Flanke und in den Rücken der gesamten ukrainischen Gruppierung an der südöstlichen Front aus ukrainischer Sicht. Jetzt sind ja auch die Russen gerade dabei, die Stadt Zlidovo zu stürmen. Und haben jetzt auch eine weitere Stadt erreicht, nämlich die Stadt Ukrains. Und rücken da allgemein auch auf breiter Front immer weiter Richtung Süden vor. Und ein wichtiger Erfolg, ein wichtiger Meilenstein, den die Russen jetzt zum heutigen Tag erzielt haben, ist, dass sie halt, indem sie weiter Richtung Süden vorstoßen und eben in die Flanke und den Rücken der ukrainischen Gruppierungen dort, die ukrainische Truppen in diesem Gebiet, dazu kann man sagen, genötigt haben, den wichtigen Ort Karlovka aufzugeben. Kleiner Ort, aber dennoch ist es eine äußerst wichtige Position. Und dieser Ort befindet sich auch an einer Art im Stausee in dieser Region. Und dies ist auch, wie Herr Wanner auch schon gesagt hat, ein Verteidigungsknotenpunkt seit 2014, den die Russen auch schon seit Wochen, wenn nicht gar Monaten, vergeblich bislang versucht haben einzunehmen. Aber jetzt dadurch, dass es eben gelungen ist, bei Pokrovsk vorzustoßen, dann von da aus eben in Richtung Süden, war es eben für die russische Armee auf diese Weise möglich, eben in die Flanke, beziehungsweise den Rücken der ukrainischen Gruppierung in diesem Dorf hineinzustoßen und sie somit eben auch aus diesem Ort zu vertreiben. Und über die äußerst dramatische Situation, unter anderem auch infolge der Einnahme von Karlovka durch die russische Armee, darüber hat jetzt auch unser alter lieber Freund, der Herr Röpke, einen entsprechenden Post auf X, ehemals Twitter, getätigt. Und zwar schreibt er hier, also im Original auf Englisch, ich werde wieder die deutsche Übersetzung hier vorlesen, der Domino-Effekt zwischen der Stadt Donetsk und Pokrovsk hält an, oder dauert an, kann man auch so übersetzen. Nach dem Verlust von Kalinovo und Memrik musste sich die ukrainische Armee aus weiteren 8 Quadratkilometern rund um Karlovka zurückziehen, wo sie den aus dem Osten vorrückenden Russen monatelang standgehalten hatte. Also das, was ich gerade eben, wie gesagt, beschrieben habe. Nun droht der gesamte zentrale Frontabschnitt um Donetsk zusammenzubrechen, da russische Streitkräfte im Norden und Süden vorrücken und damit ukrainische Einheiten in der Mitte umzingeln. Ja, oder flankieren. Je nachdem, wie man das übersetzt. Aber im Endeffekt schreibt Herr Röpke hier in beiden Posts übrigens genau das, worüber ich auch unter anderem jetzt in diesem Video, aber auch in den Videos davor immer wieder gesprochen habe. Ja, und hier ist die entsprechende Karte, die Herr Röpke hier in diesem Fall beigefügt hat. Also der Screenshot davon, beziehungsweise, und da hat er halt diese Stelle markiert, die jetzt auch unmittelbar bedroht ist, von den russischen Streitkräften in der nächsten Zeit eingenommen zu werden. An die russische Armee zu fallen. Aber damit noch nicht genug, dass die russische Armee vom Norden her, also von der Stoßrichtung Pokrovsk in den Süden vorstößt und damit eben in die Flanke, in den Rücken der dortigen ukrainischen Gruppierung, sondern auch aus der südöstlichen Richtung rücken die russischen Streitkräfte immer weiter vor und damit auch hier in die Flanke und in den Rücken der ukrainischen Gruppierung in Ugledar. Eine Stadt, die ebenfalls strategisch wichtig ist, unter anderem in Bezug auf die Logistik, wo die Russen ebenfalls schon seit zwei Jahren sogar versuchen, vergeblich versuchen, muss man hier sagen, diese Stadt unter ihre Kontrolle zu bringen. Wobei sie bisher immer versucht haben, die Stadt eben frontal aus südlicher Richtung eben anzugreifen, was bislang noch nicht von Erfolg gekrönt gewesen ist. Und nun rücken die Russen eben auch von Osten auf die Stadt vor, auf die entsprechende ukrainische Gruppierung. Und nachdem jetzt vor einigen Tagen auch der Ort Konstantinovka an die Russen gefallen ist, von wo aus übrigens auch direkt eine Straße in Richtung Ugledar führt, damit rückt dieses Ereignis auf jeden Fall nochmal deutlich näher. Und der Verlust von Ugledar aus Sicht der ukrainischen Armee, was auch ein wichtiges Glieden der ukrainischen Verteidigung ist, jetzt in diesem Fall im Südosten, hätte auch ohne Zweifel wirklich dramatische Konsequenzen für die ukrainische Armee zur Folge. Dann gehen wir mal zum nächsten Frontabschnitt, der befindet sich jetzt nördlich von der Stoßrichtung Pokrovsk, also von diesem Keil, den die Russen an die ukrainische Verteidigung geschlagen haben. Und zwar der Frontabschnitt rund um Toretsk. Das ist ja dieser Städtegürtel, der ja aus mehreren Städten besteht und ebenfalls zu einer massiven Festung ausgebaut worden ist. Seit 2014, ähnlich wie auf DFK, nur noch in einem etwas größeren Ausmaß. Und auch hier rücken die russischen Streitkräfte immer weiter vor und das eben auch nicht auf offenem Feld, sondern mitten im Stadtgebiet, wo sie die ukrainische Armee immer weiter zurückdrängen. Jetzt gestern hat die russische Armee auch eine weitere Stadt und auch bereits das erste Stadtteil der größten Stadt dieses Gürtels, nämlich Toretsk. Dazu hat wiederum der Herr Röpke gestern Folgendes geschrieben, auch hier wieder die deutsche Übersetzung. Die russische Invasionsarmee eroberte die Donbass-Stadt Pivnitsch, ehemals 9000 Einwohner, drang 800 Meter in Toretsk ein und besetzte mehr als 20 Wohnhochhäuser. Ja, oder Hochhäuser halt, ne? Und wenn wir schon beim Herrn Röpke sind, schauen wir uns einmal kurz einen kleinen Ausschnitt an aus seiner gestrigen Sendung Bildlagezentrum, eben speziell zu diesem Frontabschnitt rund um die Stadt Toretsk. Und nicht nur bei Pokrovsk rückt die russische Armee vor, sondern es gibt leider auch schlechte Nachrichten aus einer benachbarten Stadt, und zwar Toretsk, ehemals 30.000 Einwohner. Dort gibt es neue Aufnahmen der ukrainischen Armee, die uns zeigen und belegen, dass Russland die Stadt erreicht hat. Und nicht nur das, sondern dass man auch hier die ersten großen Wohnviertel und die ersten großen Wohnkasernen unter seine Kontrolle bringen konnte. Toretsk, also eine ehemalige, auch wichtige Stadt, die ich 2017 besucht hatte, mit dem ehemaligen NATO-Generalsekretär Anders vor Rasmussen. Und damals hat man eben das Ganze als Festung sozusagen beschrieben, hat gesagt, das hier ist ein wichtiger Punkt, noch relativ weit weg von der Front damals. Horlivka war etwa 20 Kilometer entfernt. Jetzt sehen wir, wie die Russen hier in diesen großen Hochhäusern etwa zehn Stockwerke Fuß gefasst haben. In jedem Fall ist das Ganze ein großes Problem für die Ukraine, die jetzt in einer weiteren Stadt kämpfen muss und die es eben wiederum nicht geschafft hat. Aufgrund ihrer relativen Schwäche hier, weil eben Politiker und Generalstab dafür gesorgt haben, dass einige Einheiten hier sind und andere Einheiten woanders sind, dieses Gebiet zu verteidigen. Wir schauen uns das Ganze auf der Karte an und sehen, dass auch unser Kartenanbieter Deep State Map, der pro-ukrainisch ist, also aus ukrainischen Aktivisten besteht, dass auch dieser eben diesen Vorsprung der russischen Armee mittlerweile einräumt. Und wir sehen ja hier die Grenzen von Toretsk etwa in dieser Region und sehen eben, dass hier die Russen vorgedrungen sind und jetzt innerhalb von Toretsk eben Vorrücken von Osten sich nähern und es noch ungefähr drei Kilometer sind bis zum Zentrum der Stadt. Nichtsdestotrotz, die Außenbezirke mit den großen Wohnkaisern sind bereits teilweise unter russischer Kontrolle. Ja, also das waren auf jeden Fall die wesentlichen Frontabschnitte, wo es jetzt gerade die meiste Bewegung gibt. Aber auch in anderen Frontabschnitten gibt es Bewegung. Dort setzt die russische Armee die ukrainischen Streitkräfte ebenfalls massiv unter Druck. Einen wichtigen Erfolg bzw. Durchbruch möchte ich hier dennoch einmal kurz erwähnen, und zwar vom Frontabschnitt Kupernsk, wo die russische Armee jetzt gestern ebenfalls einen sehr wichtigen Durchbruch erzielt hat, indem sie nämlich das Dorf Sinkovka eingenommen hat in unmittelbarer Nähe von Kupernsk. Und auch wenn es jetzt nur ein kleines Dorf ist, halte ich das dennoch für wichtig und erwähnenswert. Einfach aus dem Grund, weil ich schaue mir auch, um euch vor allem auch jeweils auf dem Laufenden zu halten, schaue ich mir regelmäßig die Karte an. Und auch hier bei Sinkovka haben wir die Situation, dass die russische Armee schon ungefähr ein Jahr versucht, dieses Dorf einzunehmen, eben auf dem Weg nach Kupernsk. Bislang allerdings alle Versuche vergebens waren. Und jetzt hat es die russische Armee geschafft, hier dennoch durchzubrechen und dieses wichtige Dorf unter ihre Kontrolle zu bringen, wodurch jetzt eben langsam auch der Weg in Richtung Kupernsk endgültig frei ist. Also das ist auf jeden Fall auch sehr bezeichnend, wie ich finde, dass jetzt insbesondere auch Positionen, wo die russische Armee bislang zumindest an diesen konkreten Positionen gescheitert ist und auch lange Zeit vergeblich versucht hat, diese Positionen zu überwinden, dass diese jetzt auch langsam aber sicher nacheinander an die russische Armee fallen. Wie jetzt insbesondere auch Karlovka, jetzt in dem Fall auch bei Kupernsk, Sinkovka, was ich gerade eben erwähnt habe, und in absehbarer Zeit voraussichtlich auch die Stadt Ugledar im Süden. Und das alles bedeutet ja nichts anderes, als dass die Lage für das Kiewer Regime ja wirklich katastrophal ist, dass die Front förmlich purzelt, kollabiert und in sich zusammenfällt von Tag zu Tag immer mehr. Und bislang ist auch das Kiewer Regime, die ukrainische Armee, nicht mal ansatzweise in der Lage, den russischen Vormarsch zumindest ein wenig zu verlangsamen, geschweige denn diesen zu stoppen. Und wenn das jetzt so weitergeht in diesem Tempo, wird es schon sehr bald auf einen endgültigen Zusammenbruch der ukrainischen Front jetzt im Osten hinauslaufen. Und dann wird die russische Armee gar nicht mehr aufzuhalten sein. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.